Neu in Linz Wundkompetenzzentrum im Medizent Linz Haben Sie Wunden, die einfach nicht abheilen wollen? Sind Sie auch schon seit Monaten oder Jahren mit offenen Wunden belastet? Das Wundkompetenzzentrum hilft 26 Jahre Erfahrung im Bereich der chronischen Haut- und Wundbehandlung garantieren eine optimale Versorgung. Das Wundkompetenzzentrum behandelt nicht nur Patienten, sondern trainiert seit 1996 diplomierte Pflegekräfte und Ärzte unter dem geschützten Konzept zertifizierter Wundmanager und das im gesamten deutschsprachigen Europa. Darüber hinaus wurden 18 Kliniken und ambulante Bereiche nach unserem Konzept der Wundbehandlung erfolgreich standardisiert und validiert. Seit 1996 sind bereits 16 internationale Studien zum Thema Wundbehandlung durchgeführt worden. Jeder Mensch ist verwundbar, aber müssen immer Narben bleiben? Wir behandeln Sie nach den modernsten internationalen Methoden des modernen Wundmanagements im Medizinischen Netzwerkverbund mit anderen Fachdisziplinen.